In unserem Kurs Digital Health für Einsteiger sprechen wir in diesem Teil über elektronische Gesundheitsdatensysteme. Welche Akte darf es denn sein? Wir hören Gesundheitsakte, Fallakte, Krankenakte, Patientenakte, Plattformen, Datenaustausch. All das ist wesentlich und wichtig für digitale Gesundheitsversorgung und digitale Gesundheit. Und ich möchte Ihnen hier in diesem Teil einen kurzen Überblick geben von Begriffen und wie diese Systeme zusammenwirken, um computerlesbar die Entscheidungshilfen für bessere Gesundheitsversorgung zu unterstützen. Warum müssen wir medizinische Daten für Patienten und Patientinnen aufbewahren? Dazu gibt es rechtliche Grundanforderungen. Eine medizinische Dokumentationspflicht ist rechtlich vorgegeben für alle Leistungserbringer im Gesundheitswesen. Ärzte, Therapeuten für Krankenhäuser und jede Einrichtung, die im Gesundheitssystem aktiv ist. Das ist geregelt, gesetzlich im BGB und schreibt genau fest, welche Daten dokumentiert werden müssen und wie lange sie vorgehalten werden müssen. Das ist natürlich erforderlich, um ein Beleg zu haben, dass die Diagnostik und Therapie auf der Basis von echten und relevanten Daten und dass die Leitlinien der Medizin eingehalten werden, dass keine Rechtsverstöße, keine Praxisordnungsverstöße auftreten und dient letzten Endes natürlich auch dem Nachweis der Leistungen und der Abrechnung gegenüber den Krankenkassen. Also hat sich eine Dateninfrastruktur im Gesundheitswesen entwickelt, die im Groben durch folgende Systeme charakterisiert werden kann. Wir haben Krankenhausinformationssysteme, wo die Daten von Behandlung, von Aufenthalt, von Versorgung zusammengeführt werden in elektronischer Art und auch eine Krankenakte, die den Behandlungsverlauf dokumentieren kann. In der ambulanten Versorgung, in den Praxen der niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, haben wir sogenannte Praxisverwaltungssysteme, die eben mit den Anforderungen einer ambulanten Praxis das gleiche erreichen sollen wie Krankenhausinformationssysteme. Diese Systeme werden angeboten und sind bis heute im Markt von verschiedenen Anbietern, IT-Service-Anbietern, die sich in diesen Systemen spezialisiert haben und ihre Klientel im Markt haben und mit diesen Systemen versorgen. Bis heute sind diese Systeme wenig interoperabel. Das heißt, der Datenaustausch zwischen diesen Systemen ist nur schwer möglich oder teilweise gar nicht möglich. Man spricht hier von sogenannten Datensilos. Die Daten zur Behandlung eines Patienten im Krankenhaus sind im Krankenhaus und nur im Krankenhaus. Und wenn dieser Patient oder diese Patientin zur Nachsorge in die Praxis kommt, sind die Daten aus dem Krankenhaus in der Praxis nicht verfügbar und umgekehrt. Es gibt darüber hinaus noch weitere spezialisierte Systeme, die zum Beispiel die Röntgenaufnahmen, die Computertomogrammaufnahmen in der Radiologie vorhalten oder die Analysen von Blutproben und anderen Proben, die im Labor ausgewertet werden. Und so gibt es noch eine Reihe von spezialisierten Systemen, die nicht generell im Krankenhaus oder im Praxisverwaltungsinformationssystem vorgehalten werden, sondern in speziellen Systemen. Wie sind die Daten organisiert in diesen Systemen, insbesondere die Daten zur Behandlung und zum Behandlungsverlauf? Die sind in sogenannten Akten organisiert und da sprechen wir zum Beispiel oder haben in der Vergangenheit, heutzutage und für die Zukunft nicht mehr so, von sogenannten Fallakten. Und diese Fallakten beziehen sich auf einen Krankheitsfall einer Person. Bin in die Praxis gegangen wegen Grippesymptomen. Ein Arzt hat mich untersucht, hat Proben abgenommen, Behandlung verordnet und das ist ein Krankheitsfall. Wenn ich ein Jahr später in die gleiche Praxis komme für ein anderes Gesundheitsproblem, ist das ein weiterer Krankheitsfall. Heute ist häufiger die sogenannte Patientenakte. Das heißt, eine Dokumentation im Verlauf der Krankengeschichte und der Behandlung von Patienten von einer Person, die alle Fälle von Gesundheitsproblemen für diese Person dokumentiert. Und da spricht man geläufig von sogenannten Krankenakten, das sind fallübergreifende Dokumentationen der Krankengeschichte bei einem Leistungserbringer, zum Beispiel in einem Praxisverwaltungssystem, in einer Praxis beim Hausarzt oder Facharzt oder in einem Krankenhausinformationssystem im Krankenhaus. Zunehmend sprechen wir aber von sogenannten Patientenakten oder Gesundheitsakten. Und das Besondere dabei ist, dass hier über die einzelnen Einrichtungen oder Praxen hinweg die Krankengeschichte vernetzt werden kann. Über die ambulanten Sektor, stationäre Gesundheitssektor hinweg, Datenaustausch und Vernetzung. Daran wird gerade gearbeitet im Rahmen der sogenannten Telematik-Infrastruktur. Nochmal kurz zusammenfassend und erläuternd. Die institutionelle elektronische Krankenakte enthält die Daten des Patienten oder einer Patientin aus einer Gesundheitseinrichtung. Zum Beispiel meine Krankengeschichte an der Charité in Berlin oder irgendeiner anderen Einrichtung oder Praxis. Die Einträge sind ärztlich geführt. Das heißt, Patienten haben keine Möglichkeit, Einträge in diese institutionellen Krankenakten vorzunehmen. Unterstützen natürlich die Behandlung, die Abrechnung und die Operation, also das Management der Einrichtung und der Prozesse. In den einrichtungsübergreifenden elektronischen Patientenakten sind die wichtigsten Daten und Dokumente aller Behandlungen eines Patienten enthalten, über alle medizinischen Fälle und Gesundheitseinrichtungen hinweg. Diese Einträge sind auch in der Regel ärztlich geführt oder moderiert und auch nicht zum Patienten zugänglich. Wir sprechen von persönlichen elektronischen Patientenakten, EPA oder PEPA. Die Einträge enthalten, die Einträge in diese Akten sind fall- und einrichtungsübergreifend und die Datenhoheit hat der Patient oder die Patientin. Beispiele sind die angedachten elektronischen Patientenakten, die die Krankenkassen, ihren Versicherten in Deutschland, die gesetzlichen Krankenkassen, ihren Versicherten und Mitgliedern anbieten müssen, per Gesetz im Jahr 2021. Darüber hinaus werden noch weitere Plattformen entwickelt, die insbesondere dazu dienen, die Daten aus den elektronischen Patientenakten, wo, wie gesagt, Patient oder Patientin die Möglichkeit haben, Einträge zu machen, auch Daten zum Weitergeben an dritte Personen zu autorisieren, wo die Datenhoheit die Patienten und Patientinnen haben. Plattformen, wo dann auch aus Wearables und Sensoren und Daten aus dem täglichen Leben der Patienten und Patientinnen der Versicherten eingebracht werden können. Und hier bleibt nur Data for Life zu erwähnen, eine Plattform, die in der Entwicklung ist von Data for Life GGMBH, einer Schwester des Hasso-Plattner-Instituts, oder Smart for Health, einem großen EU-geförderten Projekt, das genau hier eine bürgerzentrierte, persönliche Patientenakte grenzüberschreitend in der Europäischen Union vorsieht. Und wir kommen später noch kurz darauf zu sprechen. Wo stehen wir in Deutschland mit diesen Entwicklungen? Die Bertelsmann-Studie, vor einigen Jahren veröffentlicht, hat aufgrund einer systematischen Analyse von Digital Health, ein Digital Health Index in verschiedenen Ländern der EU und OECD erstellt. Und ich weise Sie nur darauf hin, das ist sehr interessant, sich da zu belesen. Da wird nämlich klar und deutlich nachgewiesen anhand von Erfassung von politischer Aktivität, also gesetzgeberischer Gestaltung, von Infrastrukturunterstützung, ist die Dateninfrastruktur, die IT-Infrastruktur in den Praxen und in den Krankenhäusern in Deutschland überhaupt ausgerichtet und ausgerüstet und vorbereitet auf diese Anforderungen. Und letzten Endes auch, ist Datennutzung möglich, ist hier die Datenschutzregulierungen und andere gesetzgeberische Regulierungen zum Schutz der Privatheit, stehen die der Datennutzung und dem Datenaustausch im Weg. Und hier hat Deutschland eine schlechte Figur abgegeben und diese Studie ist auch die Basis vieler Diskussionen, wie wir unsere Leistungen im Bereich Digital Health verbessern können. Deutschland steht nämlich in dieser vergleichenden Studie am vorletzten Platz gemeinsam mit Polen. Nun hat sich in den letzten Jahren viel verändert und die Entwicklung einer Infrastruktur, einer Dateninfrastruktur zum Datenaustausch im deutschen Gesundheitswesen, hat in den letzten Jahren unter Minister Spahn und im BMG und darüber hinaus mit der Gematik viel Fahrt aufgenommen, viel Dynamik, auch mit neuer Gesetzgebung in diesem Bereich in diese Thematik gekommen. Und ich spreche hier kurz von der Telematik-Infrastruktur, denn wenn wir darüber sprechen, elektronische Patientenakten, die vom Patienten oder der Patientin geführt werden, dann müssen wir auch verstehen, wie die Daten in diese Akten kommen und woraus sich die rekrutieren. Was ist die Telematik-Infrastruktur für das deutsche Gesundheitswesen? Die Telematik-Infrastruktur wurde konzeptionell und auch in der Realisierung gestartet vor über 15 Jahren unter der Leitung einer dafür gegründeten Organisation, eine Organisation, die dafür verantwortlich ist, diese Infrastruktur mitzuentwickeln und die Spezifikationen, auch die Richtlinien zu entwickeln für die digitale Informations-, Kommunikations- und Sicherheitsinfrastruktur für Datenhaltung und Datenaustausch im deutschen Gesundheitswesen. Die Motivation ist, dass Daten zwischen dem ambulanten Sektor, dem stationären Sektor, dem Pflegedienst, den Apotheken zusammengeführt werden können müssen, um eine bessere Dokumentation von Krankheitsverläufen, von Qualität der Versorgung und damit bessere Krankheitsverläufe für Patienten und Patientinnen zu ermöglichen. Die Telematik-Infrastruktur vernetzt Akteure, wie gesagt, Praxen, Krankenhäuser, Kassen und Apotheken und darüber hinaus noch weitere Zahnärzte, Therapeuten, alle Akteure, Leistungserbringer und Institutionen des Gesundheitswesens. Und es ermöglicht dadurch einen organisationsübergreifenden Datenaustausch. Es gibt eine Reihe von Weiterentwicklungen der gesetzlichen Grundlagen für die Telematik-Infrastruktur, für die Umsetzung dieser Grundlagen in der Telematik-Infrastruktur. Und hier ist gerade aktuell, Ende 2020, das sogenannte Patientendatenschutzgesetz in der Diskussion, in der Befassung im Bundesrat, nachdem es schon im Bundestag verabschiedet wurde. Wie können wir uns das bildlich vorstellen? Sie haben Hausarzt, Facharzt, Apotheke, Therapeuten, Sie haben ein Krankenhaus, wo Sie Gesundheitsleistungen in Anspruch genommen haben aufgrund bestimmter Gesundheitsprobleme. Die Datensysteme, die ich erwähnt hatte in diesen Einrichtungen, sind angeschlossen an die Telematik-Infrastruktur, wo die Daten so vorgehalten werden, dass in der Tat ein Datensatz für Notfalldaten, ein Medikationsplan, die elektronische Patientenakte oder EPA und weitere Anwendungen des Versicherten möglich sind und zusammengefasst werden können und dem Versicherten und allen anderen, die berechtigt sind, diese Daten auch zu nutzen und einzusehen, vorgehalten werden. Zugang dazu zu diesem System ist geregelt durch ein Stammdaten, sogenanntes Versicherten-Stammdatensystem, was derzeit über die elektronische Gesundheitskarte abgebildet werden kann und in Zukunft auch über Online-Identifizierung und Authentifizierung möglich sein soll. Wenn wir uns jetzt ansehen, wie diese Systeme zum Gesundheitsdatenaustausch und zur Nutzung über Sektoren, über Einrichtungen hinweg zur besseren Versorgung der Patienten zusammenwirken können, dann sehen wir, dass wir bisher über den Grundsockel gesprochen haben, wo diese Daten ausgetauscht und genutzt werden können und auch in der EPA den Versicherten zur Verfügung stehen können. Darüber hinaus sprechen wir aber schon länger über sogenannte Assistenzsysteme, wo intelligente, künstliche Intelligenz basierte Systeme die Daten analysieren und in Echtzeit anzeigen, ob bestimmte Behandlungen oder andere Interventionen ein Risiko für den Patienten darstellen. Wenn zum Beispiel Arzneimitteltherapie Sicherheit, wenn Allergien vorliegen und in einem Kontext bei einem Praxisbesuch Penicillin für eine Infektion verschrieben werden soll, der Patient aber eine Penicillinallergie hat, dann würde ein kurzer Informationskasten auftauchen, der den verschreibenden Arzt oder die Ärztin darauf hinweist, dass das bei diesem Patienten eine Penicillinallergie vorliegt und das Penicillin nicht verordnet werden sollte. Das ist auch die Basis für sogenannte personalisierte Medizin, wo wir darüber hinausgehend noch weitere Daten, wie von Sensoren aus dem Genom in die Diagnose und Monitoring der Therapieverläufe einbeziehen. Und das zusammen können wir als sogenannte klinische Assistenzsysteme verstehen, die in Zukunft auf dem Datenaustauschsystem, den Patientenakten aufbauen können und genutzt werden können, um die Qualität der Versorgung zu verbessern. Wir haben bisher von Datensystemen und Austausch im deutschen Kontext, im deutschen Gesundheitswesen, im deutschen Rechtsraum gesprochen, aber wir haben natürlich auch als Mitglied, Mitgliedsland in der Europäischen Union ein europäisches Mandat und insbesondere auch ein Mandat zur Entwicklung von Möglichkeiten, die Gesundheitsdaten des EU-Bürgers über die Grenzen hinweg des Mitgliedslandes hinaus zum Einsatz bringen zu können. Das ist natürlich relevant, wenn wir verreisen innerhalb der EU oder auch Arbeitsplätze im europäischen Ausland wahrnehmen und dort natürlich auch Gesundheitsdienstleistungen wahrnehmen, wenn wir Probleme bekommen. Um da Daten zur Verfügung zu stellen, die eine bessere Behandlung auch im grenzüberschreitenden europäischen Kontext ermöglichen, gibt es verschiedene Initiativen. Eine, die jetzt gerade sehr intensiv vorangetrieben wird, ist ein sogenannter EU-Health-Data-Space, Gesundheitsdatenraum, wo, und das ist ja in der Corona-Krise mit dem Reiseverkehr und grenzüberschreitenden Verkehr sehr deutlich geworden, auch Gesundheitsdaten EU-datenschutzkonform ausgetauscht werden können. Da sind wir aber noch ein Stück weit entfernt davon, dass das umfassend möglich ist. Aber Deutschland hat in diesem Zusammenhang in den letzten Jahren sehr viel Aktivität und Initiativen entwickelt und strebt eine führende Rolle in der Entwicklung der europäischen Gesundheitsdatenräume an. Wir am Hasso-Plattner-Institut zusammen mit 18 Partnern in der EU sind gefördert durch genau ein solches Projekt, was darauf abzielt, in der EU allen Bürgern überall ihre Gesundheitsdaten verfügbar zu machen, zum sicheren Arzneimitteltherapie, wenn grenzüberschreitend Gesundheitsprobleme auftauchen, ob das im Tourismus ist oder im Arbeitsleben. Wir können auch Daten spenden für Forschung. Das ist auch eine weitere Dimension dieser Gesundheitsdatenräume, dass dadurch größere Forschung ermöglicht wird und dadurch neue Durchbrüche erzielt werden können. Eine solche persönliche Gesundheitsakte oder persönliche Patientenakte nutze ich seit vielen Jahren in den USA, wo ich auch tätig bin am Mount Sinai Health System in New York City und wo die elektronischen Gesundheitsdatensysteme, Dateninformationssysteme genau eine solche Lösung, eine vom Patienten geführte Gesundheitsakte, Patientenakte ermöglichen. Das ist, was ich nutze, für Termine vereinbaren, Medikamente, neue Rezepte einholen, Telemedizin und Chat mit den Ärzten und Ärztinnen und viele andere Leistungen, die ich dort in Anspruch nehme. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß mit dem Quiz am Ende dieser Session zum Vertiefen und alles Gute.